hey ho lucky sky crit folge folge freunde freunde herzlich willkommen zur letzten lucky sky crit folge mit balui wir haben es geschafft wisst ihr wie wir da also eigentlich darf ich es nicht verraten leute weil ihr müsst das ganze bei balui auch noch angucken ja okay ein bisschen verrate ich was wir haben es auf jeden fall geschafft den ender drachen in der oberwelt zu töten aber es ist ja nicht das ziel wir müssen ihn richtig in seiner eigenen welt genau aber balui wie hast du dieses portal hier erschaffen als habe ich erschaffen ja wir haben eine mob bazooka und also ich kann es gar nicht in worte fassen guck dir einfach an es war pure eskalation er hat einfach überall monster gespawnt und dann kam der ender drachen den habe ich getötet und jetzt haben wir ein portal ins end das ist geil richtig weil du wollen wir ein bisschen mit dem ender drachen spielen wir müssen ja nicht wieder one hit wir können ja ein bisschen ärgern ein bisschen spielen mit ihm ich habe irgendwas bekommen oder ist es runtergefallen egal spielt keine rolle mehr so war louis 123 go ich dachte gerade ich wollte gerade sagen okay 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 wir müssen ja erstmal rauskommen okay okay guck mal hier siehst du das endermann struktur ja ja stimmt hallo ender drache hallo willst du spielen spielen den ganzen monster einfach leider ist das hier kein sky crit er hat mich erwischt aber das wäre natürlich witzig übrigens dann zweiter ender drache war das für ich habe ich nicht erledigt warum ist er nicht erledigt dass noch mal im übrigen da was drei neuer und nein noch einer oder gar nicht auf oder ist die wahrscheinlichkeit im end einfach höher ich spamm gerade einfach nur ich muss nicht dass man die waffen so übel spammen kann dem einfach so schnell wie möglich auf die tasse drauf hemmert guck dir einfach mal an wie der zone aussieht ja guck dir mal an wie viele endertracks hier sind das ist so geil guck mal wie viele eier wir es haben baluui ja party time ich glaub ja baluui wir haben es geschafft ne das haben wir erfolgreich gemacht das beste projekt aller zeiten so viele neta portal hat noch keiner gesehen das ist so cool ok merke wenn wir eine mod bazuke haben aber das war halt immer so wir hätten ja auch einfach die frames finden können oder sonst was ja das stimmt gibt halt immer irgendeine möglichkeit wie man das projekt auf einmal beendet aber ich finde das hat länger jetzt gedauert als bei dem anderen oder ich weiß nicht wir sind auch bei folge 13 glaube ich ja dann könnte es gleich sein stimmt guck mal balu ich mache lag 1 alles jetzt guck mal hier diese die sind ineinander gespawnt hier stehen ganz viele das war cool das war überragend ok leute das war es mit der kurzen folge aber leute ja kurze folge aber halten finale das haben wir so ausgemacht dass wir das so machen und jetzt die folge unnötig in die länge strecken das macht man halt einfach nicht obwohl wir könnten jetzt noch hierhin stehen ein standbild machen für sechs minuten dann hätte ich die zehn minuten voll könnte zweimal werbung einschalten ok ok sollen wir in der zeit noch was erzählen oder nüß könnt wie mit der versuch wir sollten vielleicht noch ein bisschen antreten ist doppelt wird ich gehe noch zurück ja und wir haben meine kraft mal wieder durchgespielt leute wenn's euch gefallen hat mit bombastischen daumen warum da bist du menschen und haut rein und Tschüss.